Was passiert, wenn mein GTAP einladen überfällt und die Dealers gar nicht checken? Das werdet ihr heute in diesem Video erfahren. Ah, und wundert euch nicht, wenn die Qualität ein bisschen scheiße ist. Es lag daran, weil ich das Clip über mein Handy aufnehmen musste. Chef, Polizei ist da! Nochmal, bis sie da hinkommen. Ey, Chef, Chef! Polizei ist da, Polizei ist da! Warum ist denn die Polizei da? Ja, Chef, ich weiß nicht. Tag, die Herren! Hallo? Wie kann man ihnen behilflich sein? Ich höre sie nicht. Die Herren, hallo? Guten Tag. Die anderen Fenster auch noch? Okay. Nicht nur das Leidfenster. Guten Tag. Tag. Was ist denn hier los? Wer hat der Alarmbrot ausgelöst? Ist wieder ein Alarm? Ist wieder ein Alarm? Ja, äh, was denn? Also, hier ist niemand drin, außer meinen Mitarbeiter. Alles klar. Ganz gerne. Und... Willi, bitte ganz kurz, dass Sie und die Mitarbeiter kurz sich draußen zu dieser Schwarz-S-Klasse bitte ganz kurz, dass wir kurz die Ladeklasse sind. Äh, Willi kann es, äh, hier, wer ist denn noch mal? Mitarbeiter, komm mal einfach mit. Ja, okay. Gehst du bitte kurz mit in die S-Klasse, bitte begleitest du dich, ich warte kurz auf das Entschärfungskommando. Ja. Ja, natürlich. Was ist denn hier vorgefallen, also? Ach, das stimmt. Äh... Hast du... Was hast du gesagt? Der Stahl ist im Kopf. Jungs, wo seid ihr alle hier im Punkt? Okay, alles klar, ich brauche mal ganz kurz den Ausweis bitte von dir, von euch. Ja, schön. Ja, gerne, gerne. Laden-Hinhaber sein oder wie? Äh, ja, ich bin der... Also, ich hab vor kurzem den Laden gekauft, hier ist mein Ausweis. Ich weiß nicht, ob der schon übertragen wurde, aber ich hab auch die Papiere und so, also. Willst du dich einmal, äh, durchsuchen, äh... Ja, aufpassen, nicht den Abzug drücken, denn ich hab eine Pistole dabei, da der Laden ziemlich oft, äh, ausgeraubt wird. Und ich hab auch natürlich die, äh, Lizenzen. Nicht, du such die nur einmal, die haben auch, äh, haben es auch gewonnen. Alles klar, dann werde ich dich ganz... Also, dein Kult, äh, hier, der Mitarbeiter, darf ich dich auch... Ja, können Sie machen, danke. Einmal bitte umdrehen und dann die Hände ganz kurz hoch. Dann mache ich die, äh, ja, perfekt. Hast du etwa vorhin den Tresor geputzt, oder was? Ja. Achso, okay. Sind, äh, Ohmutz, äh... Hochmutz, genau. Hochmutz, alles klar, da gibt's... Sie haben schon eine Akte? Ja, einmal wegen, äh... Die war alkoholisiert, genau. Alles klar. Äh, ich glaub, ich kenn sie schon, ich hab sie auch, äh, am nächsten Tag gefunden. Das kann doch was richtig sein. Haben Sie, haben Sie einen Ausweis in Ihrer Tasche? Äh, ja, hab ich. Alles klar. Sicher, ihr könnt zu ihrer Arbeit wieder fortsetzen, äh, wieder fortsetzen, und die... Ja, vielen Dank. Das soll alles wieder passen. Aber Abo, das nächste Mal bitte nicht den Tresor putzen, also. Ja, ja. Der ist halt neu, das ist das Ding. Alles klar, nichts passiert. Alles klar, Sie sind sauber, soweit. Du suchst sie einmal auf illegalen Gegenstände, nochmal kurz? Ja. So, okay, hier sieht's sauber aus. Ich suche sie auch einmal. Ja, gerne. Alles klar, dann mach ich sie einmal los. Vielen Dank. So. Danke. Alles klar, dann schönen Tag Ihnen noch. Okay, passt. Alles klar, dann schöne Arbeit Ihnen noch. Danke, Ihnen auch. Ja, gleichfalls. Bisschen jetzt einmal fegen, ne? Ja. Digga, scheiße. Wir waren zu weit weg, der Ladenraub wurde abgebrochen. Was, das hat geklappt, hast du gesehen? Aber jetzt können wir ja nicht noch ein anderes Mal machen, oder? Können wir nicht noch mal machen, können wir nicht noch mal machen. Ja, das sind die nächsten Tage so. Ey, wie die doch einfallen sind. Ja, Digga. Hä, Digga? Ich hatte kurz Herzflattern, Digga. Ich auch. Ich dachte ganz kurz, die werden uns jetzt nicht glauben, ne? Aber ich hatte auch irgendwie keinen Schiss, weil ich meinte ja, falls wir erwischt werden, alles ist dein Schuld. Du schiebst alles auf dich. Boah, soll ich mal posten? Äh, Raub gegen eine Erfüllung. Fick die Kops. Nein, das werden wir uns festnehmen. Ey, äh, mein Geld? Kannst du mir nur 5k, nur 5k wegen Montclair Weste bitte? Ich bitte ihn. Ja, wait, wait, komm rein. Fahren Sie mich dann zum Gleitungsladen. Ja, Digga. Als ob das funktioniert hat. Boah, aber der, äh, der BMW in weiß sieht so schön aus, ne? Ja. Boah.